Der brasilianische Sänger und Gitarrist João Gilberto ist tot. Nach Angaben seines Sohnes starb er im Alter von 88 Jahren in Rio de Janeiro. Gilberto musizierte unter anderem mit dem Saxophonisten Stan Getz und mit dem Sänger und Komponisten Antonio Carlos Jobim. Bekannt wurde er unter anderem durch das Lied The Girl from Ipanema. Mit Gilberto geht nun der Letzte der Väter des Bossa Novas. Er starb vereinsamt und hochverschuldet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017